So, hallo und herzlich willkommen hier auf dem PWE. Der neue Champs-Roast Lucien. Direkt auch schon mit Skin und den werden wir jetzt einfach mal austesten. Ich habe das Gefühl, dass der ziemlich OP wird. Also, ah ok, gut. Ich hatte mir gestern erst die Skills einmal durchgelesen und da stand einfach nur, dass bei der Passiven immer, wenn er ein Spell macht, dass sein nächster Normal-Hit zweimal trifft. Aber so heftig ist es. Ja, aber macht 50% des Schadens nur beim zweiten Hit. Wollte gerade sagen, so heftig ist es dann auch nicht. So, wo bist du denn? Wow! Wow! Ich bin nicht. Ha, 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 ha. Ist das ein, äh... Skillshot? Ja. Nee, meiner feuert irgendwie nicht. Das ist der PWE-Leg. 200. Das ist der PWE-Leg. Tja. Sag mal, bin ich mit meinem Skin nicht schwarz? Das ist... Oh, ich kann nicht ansehen. Das ist das mit dem Leck, Mann. Wow! Shit. Nein, er ist Level 2. Nein! Oh, fuck. Ist der Q kein Skillshot? Doch. Hä? Wow. Ganz ruhig. Nein, der Q ist kein Skillshot. Ist doch... Du musst auf Minions klicken. Versuch mal hinter dich zu schießen oder so. Das geht nicht. Hm. Lol. Hua! Sag mal, warum ist das schon Level 3? Aua. Aber die E bringt ihm nicht viel. Wie weit kommt man damit? Mal schauen. Oh, so wie bei Graves ungefähr. Oh! Das hat eine Range, ne? Verdammt. Verdammt. Fucking Barrier. Nur weil du Ignite und Barrier hast, alter. Ich hätte auch ohne Ignite dich noch getötet, aber... Ja, ja. Sagen sie alle. Am Ende sind sie doch schwanger. Ja, eben. Äh... So. 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 Äh... Kannst du gleich mal dein Altar holen gehen. Ja, die E ist... Bisschen länger als Graves. Das Tolle ist halt... Jedes Mal... Du kannst die E benutzen, während du Ulti machst. Und jedes Mal, wenn du jemanden mit der Ulti killst, resettet sich die E. Lol. Es steht drauf. Ich hab erst gedacht, äh... Das, was du als allererstes Level 1 gemacht hast, wäre deine Kuh gewesen. Hä 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 hä. Was aber nicht. Hä 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 hä. Soll ich meine Kuh hochskillen? Ja, ne? Nein. Nein! Ah! Was? Das hat... Ja, klar hat mich das getroffen. Scheiße, man. Du konntest hier richtig viel Equip kaufen. Alter. Ich magst die Kuh. Ja, ich auch. Vielleicht sollte man mal AP-Lucien spielen. Hm, seine W und seine Ulti haben AP-Ratios. Weißt du wie viel? Äh, 0,4. Oh, fuck. Mein Klein hat sich geschlossen. Boah, ich töte dich. Scheiße. Oh, ich hab heute. Scheiße. Ich bin grad als Level 5 geworden. Ah! Ganz ruhig. Ha! Oh, ich muss back. Loll. Nein. Loll. Setzt du dich auch auf dem Sofa, wenn du back gehst? Ja. Gott nicht. Ich probier's mal. Ich geb's hier. So. Ah, ne. Schlapp, das gehört zum Scannen. Schlappt ein bisschen. Hast du das Master Yi? Der ist ja auch quasi neu. Schon gemacht. Da angeschaut. Whatever. Ach, der... Ist schon so, dass du jetzt nichts mehr mit AD skaliert? Mit AP, mein ich? Äh, nichts mehr skaliert mit AP, genau. Hm. Oh, da. Ich hab vorher gedacht, bevor ich ihn jetzt gespielt hab, ich würde ihn nicht mögen, aber ich mag ihn. Ich dachte, der hat überhaupt kein Gap Close. Hat. Aber mit seinem E. Aber es ist wirklich gut, dass er den E während der Ulti benutzen kann. Ich probier's auch mal aus. Total Damage over 13 Shots, 392, okay. Äh, die Shots skalieren aber mit ATTACK SPEED. Mit ATTACK SPEED? Das ist die Nummer 13. Ja. Äh, je höheren ATTACK SPEED du hast, desto mehr Shots kriegst du. Ha. Das ist ja geil. Ah. Ich bin ein bisschen mit dem Equip behind. Er kann aber auch ganz gut pushen. Ja, trifft... Ja, die... Was trifft... Die Ulti trifft immer das Vorderste, ne? Äh, es geht halt nur in eine Richtung immer. Und ich bin mit der E einfach aus der Richtung raus und wir konntest nicht mehr... Du hättest quasi in die Wand reinlaufen müssen, um mich noch zu erwischen. Ha. Not bad. Wow. Fuck. Towershot gefressen. Ah. Nein. oh ich habe meine ulti gerade geklickt, aber hatte zum glück keinen mana mehr, sonst hätte ich es total schade oh da ist er schon back, ich glaube es nicht kauf mir mal ein bisschen attack speed ja, ich habe mir jetzt zwei dolche gekauft und dadurch habe ich zwei schüsse mehr bekommen what the f... damage over 15 shots 900 das heißt, die macht 900 fucking schaden an jedem den sie trifft fuck jonge das war richtig stumpf, wir stehen einfach voreinander und ballern die ulti auf die Minions okay, also dürfen keine Minions egal, die macht aber 300% Schaden zumindest, das heißt, welche davor sind, werden die beim ersten Schuss meistens getötet ah, okay ich kann dich bewegen ich habe auch ein bisschen mehr Last Hits minimal ich bin offen, ich bin nicht so gut im Last Hitten ich bin noch so nicht so gut im Last Hitten du bist drei Level über mir du bist drei Level über mir AHHHHH Boah, schnell weg also der Q, die ist wie Ezreal, der kann man eigentlich nicht ausreichen, denn so richtig geaimt wird hm schnell weg nein, nicht Tueback nein, nicht Tueback doch sonst könntest du mich ja noch töten schade ich habe quasi das gleiche wie du und einen Brutalizer toll freue ich mich ja, ich finde den normalen Skin fast besser als den den du hast hm aber ich setze mich auf dem Sofa, wenn ich back gehe wow NEIN NEIN FUCKING BARRIER BITCH aber ich habe dich noch erstaunlich low bekommen äh, du hast auch mit 50 Minions gekämpft na und? deine Ulti hat mir 800 gezogen gg märzt du W oder E als zweites? W ah, ich habe vergessen Cutlass einzusetzen oh, ich auch tg ja 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 vielleicht wenn ich das noch geschafft hätte bevor du Barrier machst ja ja ich hätte deswegen lag vielleicht auch zu spät gemacht dann barriern na egal ich werde Cutlass dieses Game bestimmt nicht mehr einsetzen hm ich habe nämlich schon Borg dg oh du hast den hackt ähm, wie viele Schüsse hast du? meine hat jetzt 18 Schüsse und macht 1500 Schaden scheiße ich habe 15 oh nein geh weg geh weg geh weg scheiße haha ok, äh, ich stehe 06 tut demnach 6 0 macht Sinn ja, ja, ich glaube ich habe keine Chance, ich sollte mal so rein sein ja, ich glaube auch aber ich finde den Champ auf jeden Fall ganz geil eigentlich also, ja äh, das ist ja der erste Champ vom ersten deutschen, äh, Riot Champion Designer ja die ersten deutschen machen dann schwarzen ok ja von mir aus ne ne, äh, von den Abilities her design ich weiß nicht ob das, äh, der Style her auch vom Deutschen kam nein, missklick bye bye joh, schieß noch weiter oh mein Gott wie viele sind das alter also ich hole ihn auf jeden Fall, allein schon weil es ein ARD Carries ist und ich meine alle ARD Carries hole, aber ja übrigens alle ARD Carries, da gibt es jetzt auch beide auf dem Live-Server im Wandel für oh, schön äh, irgendwie Ranged Rangers oder so ok ja gut, ich denke das sollte erstmal für eine Aufnahme reichen ich meine du hast mich auseinander genommen ein bisschen äh komm her huaah ja haha alles klar, dann, äh, brech ich das hier ab ja äh, danke für deine Hilfe, du darfst mich jetzt noch, äh, finishen haha ok, du darfst mich finishen ja, ich mach dich fertig, Alter waaah die fucking Minions stehen davor ja, alles klar, ich hasse dich äh, ja